Liebe Leica M. Monochrom, willkommen in Brasilien. Die wird die Welt wohl etwas seltsam vorkommen. Kriege werden aus einer viel näheren und einsameren Perspektive geschossen. Musik zu fotografieren ist heutzutage auch etwas anderes als es einmal war. Kameras werden kleiner und werden in den Taschen der Leute überall hingetragen und Nahrungsmittelfotografie mit falschen Filtern war noch nie so beliebt. Obwohl ich nicht verstehen kann warum. Vielleicht denkst du, dass Fotografie bald am Ende ist. Denk das nicht. Echte Fotokunst wurde nie zuvor so sehr geschätzt. Technologie hat die Bedeutung vom Einfallen toller Motive unterstützt, wie es nie zuvor möglich gewesen wäre. Menschen verbessern mehr und mehr ihre Methoden, trainieren ihre Fähigkeiten. Vielleicht vermisst du die Angst vor der chemikalischen Entwicklung und würdest wohl auch einen alten Freund aus unseren Reihen vermissen. Aber es gibt fantastische Möglichkeiten Bilder für den Druck vorzubereiten. Du wirst es sehen. Heutzutage braucht die Welt gute Fotos und das mehr als je zuvor. Ich bin froh dich wieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen und ihnen tolle Bilder liefern zu können. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.